Wer ist bei einem Glättungsballen? Für perfekt glattes Haar, das sich noch nie so gut angefühlt hat. Die Glättungsserie von Nivea. Denn Schönheit ist Selbstvertrauen. Wenn das Gesicht so feinlich wird, dann sieht man, wie viel Haut da noch so wie weiß. Die Pizza mit dem Glockeren-Heefe-Teig, der mit erntefrischen Zutaten belegt ist. Die Pizza, deren köstlicher Duft sich verbreitet, wenn sie im Ofen frisch hochbackt. Ich weiß ja nicht, ob das so gesund ist. Tennisbälle haben sie alle gefressen. Das hat noch keinen gespürt beim Großwert. Die Scheiß sind dann aber immer so gelb. Sie können sich sanft entfalten. Sie fahren Flüssigkeit auf, die bei anderen Tampons vorbeilaufen kann. Für besseren Schutz. Der neue Obiflexia. Der bessere Schutz mit Flügeln. Gelenkschmerzen. Rückenschmerzen. Kopfschmerzen. Wo geht sie hin? Wo ist sie? Luna? Wo ist sie? Wo ist sie? Suche. Geh sie mal suchen. Suche sie. Suche. Wo ist sie denn? Küssst mich? Küssst mich? Küssst mich? Küssst mich? Komm mal schreit. Komm mal schreit. Komm mal schreit. Du findest, wo ist sie? Fotoe an loslassen. Es ist so frei. Es ist so frei. Und da wo die Lattenship? Und da wo die Lattenship?